Tatsächlich würde ich aber hier in der Ecke noch mit kleineren Pflanzen arbeiten, so ein, zwei vielleicht oder so. Vielleicht so helle, bunte, weil die Ecke erscheint ja relativ dunkel, ne? Und dass man da noch so ein bisschen... ... noch nicht mal grün würde aber tatsächlich schon reichen. Ja okay, kann bleiben. Richtig kreativ, Mensch. Man muss mich einfach mal wachen lassen. Ich hätte es andersrum gemacht, ich hätte das da links hingepacken. Ich krieg eine Worten Spaß, entschuldige. Wie macht die Katze? Miau. Wie macht der Hund? Uff. Wie macht das Pferd? Ja. Wie macht die Frau? Meckam, 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 meckam. Das hat er nicht. Ich bin aber weg, glaube ich. Körperverletzung guck ich mir nicht gerne an. Oh. Ich muss mal.